Moin Leute, heute eine mega spannende Folge und zwar geht es darum, ob man mit einer Balkonsolaranlage plus Powerstation eine Anlage mit über 2000 Watt sinnvoll betreiben kann und ob sich das finanziell lohnt. Und ich kann jetzt schon sagen, ja das geht und zwar mit einem kleinen Trick. Als Vehikel habe ich den EcoFlow Powerstream genommen und diesen auch nebenbei getestet. Also auf Sicherheit, wir haben ins Innere des Wechselrichters reingeschaut und den Wirkungsgrad plus Abschaltzeit gemessen. Und hier schon mal Danke an Professor Krauter der Uni Paderborn und das Team für die Messung. Und es gab Probleme, aber was noch viel krasser war und zwar im positiven Sinne die Reaktion des Herstellers. Also es gibt eine Menge zu erzählen, los geht's. Kommenden Januar wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Gesetzesänderung am EEG geben, die ein Balkonkraftwerk mit 800 Watt Wechselrichterleistung und maximal 2000 Watt Modulleistung definiert. Warum diese Grenze und wie sinnvoll die ist, könnt ihr hier gucken, darüber habe ich schon mal philosophiert. Heute interessiert uns aber nur die technische Seite. Also wie viel Power kann ich maximal dranhängen und lohnt sich der Akku überhaupt? So und jetzt checken wir mal, ob wir überhaupt irgendeine Chance haben, an die 2 Kilowatt zu kommen. Und ihr seht hier den schematischen Aufbau. Also normalerweise schließe ich die Solarmodule eigentlich nur an den Mikrowechselrichter an und der Akku kommt dann auch an den Mikrowechselrichter. Aber das war es eigentlich in der Regel. Aber wie gesagt, zu dem Trick kommen wir gleich noch. So und die maximale Mikrowechselrichterleistung, also das müssen wir jetzt erstmal checken. Was kann der denn überhaupt Maximum? Wie viele Paneele kann ich da anschließen? Wie viele Module, um vielleicht an die 2 KW ranzukommen? Und hier ist mal ein Auszug aus dem Powerstream-Manual. Wir haben jetzt hier zwei Eingänge für die Solarmodule, die in den Wechselrichter reingehen. Und an jedem Eingang kann ich Module mit maximal 55 Volt und einem Kurzschlussstrom von 14 Ampere anschließen. Ganz, ganz wichtig, die Spannung von 55 Volt darf auf keinen Fall überschritten werden. Beim sogenannten Kurzschlussstrom sieht es dann ein bisschen anders aus. Theoretisch kann man auch mehr anschließen, als der im Wechselrichter angegebene Kurzschlussstrom. Der Wechselrichter nimmt sich dann quasi so viel, wie er braucht, einfach gesprochen. Dennoch möchte ich hier auf keinen Fall dazu raten, denn ob das die Garantie des Geräts abdeckt und so weiter, keinen Plan, weiß ich nicht. Okay, jetzt haben wir schon mal die Randdaten. Jetzt können wir mal checken, was sind denn so die dicksten Solarmodule, die wir da irgendwie an den Wechselrichter dran bekommen. Die maximale Spannung ist wie gesagt ausschlaggebend und das sind die 55 Volt, die im Manual stehen. Was bedeutet das jetzt für die Wahl der Solarmodule? Und wir müssen hierfür den Worst Case betrachten und der ist, wenn es richtig, richtig kalt wird. Denn die angegebene Spannung in den Manuals von den Solarmodulen ist immer auf 25 Grad ausgelegt, also auf so Normaltemperatur. Aber wenn es kalt wird, steigt die Spannung und das heißt, diese Marge müssen wir noch mit einbeziehen. Okay, das bedeutet, wir müssen von der maximalen Spannung des Wechselrichters ein bisschen was abziehen. Und bei uns sind es im Extremfall, haben wir so minus 20 Grad, also viel kühler wird sie eigentlich nicht. Und dann schauen wir mal in diese Tabelle und da sehen wir, okay, 18%. Und diese 18% ziehen wir dann von den 55 Volt einfach ab und dann komme ich auf 45,1 Volt. Und das bedeutet, dass die Module, die wir uns aussuchen, maximal nur 45,1 Volt haben sollten. So, und jetzt habe ich mal ein bisschen geguckt, ich habe jetzt nichts gefunden, was wirklich genau 45 Volt hatte, aber ich hatte jetzt auch keinen Bock noch ewig zu gucken. Deswegen habe ich jetzt mal die Teile rausgesucht, die haben 430 Watt pro Stück und die hätten eine maximale Spannung von 38 Volt. Und das wäre, wie gesagt, gar kein Problem, selbst bei den tiefen Temperaturen. Theoretisch hätten wir sogar noch ein bisschen Luft, weil, wie gesagt, wir können 45, aber ich habe einfach keine gefunden, die da jetzt genau reinpassen. Gibt es bestimmt, ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Ich zeige euch einfach, wie es funktioniert und ihr könnt das dann super gerne auch noch mal bis aufs absolute Maximum auskitzeln. Also unterm Strich haben wir jetzt 2 mal 430 Watt, das sind dann 860 Watt ungefähr, an den Wechselrichter dran. Und sagen wir mal, ich glaube schon, dass wir auf 900 bis 1000 Watt kommen können, wenn wir, wie gesagt, die richtige Spannung finden. Ist bestimmt denkbar und das können wir auch gleich mal durchrechnen, aber nur mal so, damit ihr mal seht, wie man das eigentlich macht. So, und jetzt kommt Trick 17, die Powerstation dazunehmen. Naja, das ist ja jetzt relativ weit weg von 2 Kilowatt. Also momentan liegen wir jetzt, sagen wir mal, bei 1 Kilowatt ungefähr. Aber die Powerstation hat ja auch noch PV-Eingänge und zumindest bei dem Delta 2 Max kannst du wirklich beides nutzen. Das habe ich beim Hersteller extra nachgefragt. Also das bedeutet, wir können Module an den Wechselrichter und auch an die Powerstation anschließen. Und das hat mega Vorteile. Ganz kurzer Hinweis, ich habe beim Hersteller mal nachgefragt, die sagen, dass momentan nur der Delta 2 Max das supportet. Bei anderen Herstellern weiß ich es jetzt gerade nicht. Ich kann jetzt nicht bei allen nachfragen, aber möglicherweise geht es, fragt. Die anderen Powerstations von EcoFlow sollen wohl aber nachfolgen. Die meinten auch in den nächsten Monaten, also dass das per Software-Update quasi auch möglich ist. Ob sich das dann alles rechnet und lohnt, dazu gleich noch. Das erkläre ich euch noch und das ist eigentlich echt überraschend. Okay, was kann die Powerstation jetzt maximal? Also wo kommen wir jetzt hin? Schauen wir mal in das Manual der Powerstation und da sehen wir jetzt 60 Volt bei maximal 15 Ampere und maximal 1000 Watt an Modulleistung. Also das ist ja tatsächlich sogar noch mehr, als der Mikrowechselrichter kann. Und jetzt rein theoretisch, wenn man die perfekten Module und alles findet, da sind zwei kW machbar. Also das ist schon ganz witzig. Und ich teile die auf zwei Geräte auf. Und das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Jetzt wollen wir mal ausrechnen, ob sich das Ganze auch finanziell lohnen kann. Denn die Frage ist ja, ob ich trotzdem Strom verschwende, ob der Akku ausreichend ist und so weiter. Da kommt ja relativ viel, was jetzt irgendwie passen muss. Und das checken wir jetzt. Ganz kurz noch, gleich kommt noch die Story mit EcoFlow, die eigentlich echt interessant ist. Und wir haben auch noch andere Hersteller, die auf unsere Mikrowechselrichter-Datenbank krass reagiert haben. Und das Ganze werde ich in den nächsten Wochen vorstellen. Also Abo nicht vergessen, um das zu verpassen. Da ist wirklich viel, viel, viel passiert. Und wir haben eine ganz schöne Welle damit ausgelöst. Lohnt sich das? Ich berechne euch jetzt, was es bringt, ein 2000 Watt Balkonkraftwerk einmal mit und einmal ohne Akku zu betreiben. Und nochmal zum Vergleich, ein normales 600 Watt Balkonkraftwerk mit zweimal 430 Watt Modulen mit und ohne Akku. Ich habe jetzt die 430er genommen, weil wir die oben hatten. Und das, glaube ich, auch was ganz gängiges im Moment ist. So, berechnet ist das alles mit unserem kostenlosen und anmeldelfreien PV-Rechner, welchen mit realen Wetterdaten verschiedene PV- und Akku-Konfigurationen berechnen kann. Findet ihr hier. Nutzt ihn auf jeden Fall. Testet es und so. Ich kann es immer nur empfehlen. Ihr lernt jede Menge dabei. Und wie gesagt, ihr müsst euch weder anmelden noch irgendwas bezahlen. Ist alles frei. Also hat jetzt eigentlich keine großen Nachteile, da mal ein bisschen rumzuspielen. Die Randbedingungen seht ihr hier eingeblendet. Ganz kurz, für die PV-Anlage habe ich jetzt ungefähr 600 Euro angenommen. Also der Wechselrichter liegt so zwischen 200 bis 300 Euro. Plus die Module, Halterung und so. Ist jetzt schwer zu sagen. Ich habe jetzt einfach mal so einen Standardwert angenommen. Kann auch ein bisschen mehr sein. Aber ich glaube, auf das bisschen kommt es jetzt hier wirklich gar nicht an. Also los geht's. Okay, was sehen wir hier? Unten sehen wir, welches Balkonkraftwerk das quasi ist. 2 Kilowatt Peak-Module. 2 Kilowattstunden Akku. Also quasi der Delta 2 Max als Akku. Und der Wechselrichter kann bei allen vier Konfigurationen maximal 600 Watt einspeisen. Das würde sich nächstes Jahr vermutlich auf 800 Watt ändern, aber dazu gleich auch noch mehr. In blau seht ihr jetzt, wie viel Strom ihr in einem Jahr erzeugt und davon auch selber nutzen könnt. Und das ist genau das, was man dann ja auch wirklich spart. Denn jede selbstgenutzte Kilowattstunde spart jetzt hier momentan 29 Cent Stromkosten. Also das ist momentan der aktuelle Strompreis. Also ein großer blauer Balken hier, der ist gut, den wollen wir haben. Die Anlagen mit 2000 Watt Modulleistung liegen natürlich immer vorne, weil die einfach mehr produzieren. Aber man erkennt auch, dass die Anlage mit Akku immer etwas besser performt, was ja auch Sinn macht. Das treibt ja meinen Eigenverbrauch hoch, weil ich ja einen gewissen Teil zwischenpuffern kann und später nutzen kann. In Rot seht ihr, wie viel eingespeist wird. Also der Strom, den ihr nicht selbst verbraucht, sondern der kostenlos ins Netz geht. Und dieser Balken, der sollte möglichst klein sein, denn ihr wollt ja auch was davon haben. Der eingespeiste Strom bringt ihr nämlich leider 0 Cent. Für die Konfiguration mit Akku ist er das auch. Also das seht ihr hier. Ist ja auch klar, denn der Akku kann den nicht genutzten Strom ja speichern und dann später wieder für euch abgeben. Die dicke Zahl, die ihr hier seht, das ist die Eigenverbrauchsquote. Also wie viel Prozent von dem erzeugten Strom nutzt ihr dann wirklich für euch selber? Ja, also 100 Prozent wären perfekt. Und ihr seht, es gibt sogar einmal 100 Prozent. Hier muss man sagen, das ist ein bisschen zu optimistisch, da eine echte Anlage nicht so schnell regelt. Und das lässt sich nicht so ganz simulieren. Deswegen kommen wir hier auch schon mal auf 100 Prozent. Aber das werdet ihr in der Realität selbstverständlich nicht erreichen. Dennoch sind die Verhältnisse und Größenordnungen auf jeden Fall realistisch. In grün seht ihr jetzt, dass hier etwas verschwendet wurde. Und verschwendet bedeutet, dass zum Beispiel, wenn mittags 2000 Watt voll reinkommen, also die PV-Anlage kann Maximum reinballern, der Akku ist voll und der Wechselrichter kann jetzt aber nur noch 600 Watt einspeisen. Also 1400 Watt würdet ihr dann gar nicht erst erzeugen. Die Module werden dann sozusagen gar nicht genutzt und die erwärmen sich dann dadurch. Das ist echt Sch***, denn der Strom steht dann nicht mal der Allgemeinheit zur Verfügung. Also selbst wenn ihr nichts dafür bekommt, ist es eigentlich schade. Denn besser einspeisen, das hilft uns dann am Ende allen, als den wirklich wegzuschmeißen. Das ist wirklich Quatsch. Jetzt wird's spannend. Die größte Anlage mit 2000 Watt Solarmodulen und dem Speicher nutzt immerhin 81,5 des Stroms für euch selbst. Also ihr speist wirklich nicht viel ein und das fand ich krass. Das hätte ich nicht gedacht mit so einem kleinen Akku. Und ihr verschwendet auch relativ wenig. Also das könnt ihr hier auch sehen. Weil der Akku quasi die überschüssige Energie abfängt und später nutzen kann. Also das schon funktioniert doch besser, als ich persönlich das erwartet hätte. Bei der 2000 Watt Anlage ohne Akku sieht das anders aus. 45% der Energie werden eingespeist und auch fast 10% werden gar nicht erst erzeugt. Also das ist echt schade und das finde ich eine ziemlich miese Bilanz. Also ich glaube, das macht keinen Sinn. Wie sieht's denn jetzt finanziell aus? Weil der Akku kostet ja jetzt hier ziemlich viel Geld. So ein Delta II ist ungefähr 1500 Euro. Das ist eine Hausnummer, die muss man erstmal wieder reinbekommen. Und das fand ich echt interessant. Und mich hat's echt überrascht auch, weil ich hätte gedacht, das macht gar keinen Sinn. Aber so schlimm ist es gar nicht. Also wir sehen die größte Ersparnis hier in Euro bei der 2000 Watt Anlage mit Akku. Und das macht ja auch Sinn. Das sind immerhin 327 Euro pro Jahr und die Anlage würde sich damit so ungefähr nach sechs Jahren amortisieren. Jetzt rein auf die Anschaffung und die Ersparnis bezogen. Ja, ansonsten haben wir da nichts einbezogen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass bei 2500 Kilowattstunden mit 29 Cent Stromkosten im Jahr von ungefähr 725 Euro anfallen, dann ist das fast die Hälfte eurer Stromkosten, die ihr spart. Also das finde ich, das ist schon nicht schlecht eigentlich. Also mich hat's positiv überrascht. Was jetzt mega überraschend ist, die beste Amortisationszeit hat jetzt die 2000 Watt Anlage ohne Akku und die 860 Watt Anlage ohne Akku. Das macht tatsächlich auch Sinn. Also bei der 2000 Watt Anlage mag es ein bisschen irritieren, weil eigentlich die Werte so schlecht waren. Also die Ertragswerte und auch die Eigenverbrauchsquote. Aber die 1500 Euro für den Akku sind halt einfach sauviel und die muss man halt erstmal reinbekommen. Also das muss man halt sehen. So, und jetzt noch was. Und das finde ich eigentlich den viel, viel spannenderen Punkt. Wenn ihr den Akku sowieso gekauft hättet, ja, also so ein Delta 2 oder was weiß ich, wie die Dinge alle heißen, ne, zum Beispiel für Notstrom oder weil ihr den fürs Camping nutzen wollt oder so, gibt's da schon einige Anwendungsfälle, wo man so ein Ding auch brauchen kann. Und wir den Akku quasi hier mal mit 0 Euro ansetzen, ja, jetzt mal rein hypothetisch gesehen. Weil wenn ihr den sowieso habt oder kaufen würdet, dann würde ich jetzt sagen, es ist eigentlich auch egal. Da muss ich den jetzt hier nicht unbedingt noch mit anrechnen. Also für euch persönlich einfach, ja. Dann wäre die Amortisationszeit natürlich viel, viel geringer und die lägen alle bei um die drei Jahre und das wäre natürlich unschlagbar. Aber wie gesagt, das ist jetzt so ein rein hypothetischer Fall. Den müsst ihr mit euch selber ausmachen. Jetzt zwei mega wichtige Dinge. Jetzt testen wir den Powerstream mal, weil das finde ich auch wichtig. Wie hoch ist jetzt eigentlich der Wirkungsgrad von dem Ding und kann man das Teil auch auf 800 Watt per Software updaten? Denn nächstes Jahr werden vermutlich 800 Watt erlaubt sein und dafür habe ich mich ja auch mega eingesetzt mit einer der Unterschriften stärksten Petitionen im Bundestag, die bisher da waren tatsächlich. Also das war eine sehr krasse Nummer und das haben wir auch, also das war einer der vielen Punkte, die wir da aufgelistet haben. Okay, machen wir es kurz. Die 800 Watt kann man bei dem Ding einfach freischalten und zwar per Software. Das heißt, sobald es erlaubt ist, wird es einfach ein Software-Update geben und dann ist es gegessen. Also das kriegt ihr vermutlich nicht mal unbedingt mit oder ihr macht ein Update, zack, habt ihr 800 Watt. Also ich glaube, das ist ganz cool. Witzigerweise sieht man sogar das genau in der Wirkungsgradmessung und das zeige ich euch gleich. Und genau zu der kommen wir jetzt, denn das ist vermutlich mit einer der wichtigsten Werte beim Wechselrichter. Also wie viel von der Energie des PV-Moduls wird dann auch wirklich eingespeist? Also wie viele Verluste macht der Wechselrichter? Das steckt da ja mit drin. Naja, und es gibt leider nicht nur den einen Wirkungsgrad, sondern die Wechselrichter sind ja auch unterschiedlich effizient bei unterschiedlicher Einstrahlung auf die Module. Also wenn zum Beispiel nur 10% der vollen Leistungen, so bei 60 Watt, ankommen, dann sind die Wirkungsgrade oft viel tiefer. Und Professor Krauter, der Leiter für nachhaltige Energiesysteme bei der Uni Paderborn, hat wie gesagt seine Hilfe angeboten bei der Messung des Wechselrichters. Und das ist sehr, sehr cool. Also vielen Dank schon mal dafür. Und ihr seht hier die Ergebnisse und das sieht nicht schlecht aus, denn man kann erkennen, dass der Wirkungsgrad hier relativ stabil bleibt und auch im Vergleich zu den anderen Wechselrichtern bringe ich gleich. Interessant ist ja aber auch die rechte Seite und hier sieht man, dass der Wirkungsgrad sogar noch steigt. Und das liegt daran, dass der Wechselrichter eigentlich für die 800 Watt ausgelegt ist. Also man kann hier wirklich sehen, dass er noch Luft nach oben hat und da auch noch mehr kommen wird vermutlich. So, wie vergleichen wir jetzt das Ding mit anderen Wechselrichtern? Und ganz einfach, das macht man mit dem sogenannten CEC-Wirkungsgrad. Es gibt auch noch einen EU-Wirkungsgrad, aber die sind sehr ähnlich. Das ist, glaube ich, hier relativ egal. Und der sagt aus, wie stark welche Leistung vorkommt. Also zum Beispiel 10% Leistung kommen so in 4% der Fälle vor. Also einfach, weil es in der Realität nicht oft auftritt. Und der Hauptteil liegt dann irgendwo bei 50% Leistung, die dann so ein grob der 53% der Zeit vorkommen. Also so macht man das einfach mit so einer Gewichtung. So, und jetzt kann man aus den Einzelwerten dann so einen Gesamtwert machen und dann hat man so einen gesamten Wirkungsgrad. Und das ist auch das, was der Hersteller in seinem Datenblatt angeht, damit wir die mit anderen Wechselrichtern vergleichen können. Und den Hersteller-Wirkungsgrad für den Powerstream konnte ich tatsächlich gar nicht finden. Ich habe sogar nachgefragt und anscheinend gibt es da gar keine Angabe vom Hersteller, was ich interessant finde. Aber ich meine, ist auch, glaube ich, keine Pflicht. Also warum sollte man das tun? Finde ich fast fairer, als es zu machen, weil oft sind die viel zu hoch angesetzt. Also unser gemessener Wirkungsgrad lag jetzt bei 92,92%, also ungefähr 93%. Und das ist komplett in Ordnung, liegt so ungefähr Mittelfeld, würde ich sagen. Also der beste Wechselrichter, den wir bisher getestet haben, der hatte 97%. Der schlechteste war um die 80%. Also hier sind wir, glaube ich, in einem super stabilen Bereich, alles okay. Und vermutlich wird der Wirkungsgrad bei 800 Watt auch steigen. Ihr habt ja gesehen, dass es da noch hoch geht und das heißt, da kämen noch Werte dazu. Und ich vermute, dass der CEC-Wirkungsgrad dann auch besser wäre. Aber alles, wie gesagt, völlig im Rahmen und überhaupt nichts, worüber man irgendwie groß reden müsste. Also hier ist alles okay. Okay, jetzt testen wir nochmal ein paar Sicherheitsaspekte. Und zwar geht es insbesondere um das schon oft erwähnte böse Relais. Jeder Wechselrichter sollte, sobald die Netzspannung weg ist, also zum Beispiel bei einem Stromausfall oder sowas, einfach schnell ausschalten und zum einen die Produktion stoppen und zusätzlich aber auch noch eine galvanische Trennung herstellen. Zum Beispiel, wenn ein Elektriker dann irgendwie arbeitet am Netz, damit er keine Gewicht bekommt, weil sonst wäre ja auf einmal doch noch irgendwie käme Strom von außen rein und das will man ja nicht. Das ist auch nicht der einzige Grund, da gibt es eigentlich noch mehr, die vermutlich auch wichtiger sind. Nur für euch zur Vorstellung, was das so bedeutet, das nennt man Inselschutz. Wenn das alles vorhanden ist und schnell genug geht, dann gibt es ein Zertifikat dafür. Und wir YouTuber haben in den letzten Monaten ja festgestellt, dass viele Wechselrichter ein Zertifikat hatten, aber keine galvanische Trennung, also kein Relais, obwohl das wirklich in diesem Zertifikat mit aufgelistet war, sogar mit Namen. Eigentlich Aufgabe der Behörden der ganze Mist, aber die reagierten hier ebenfalls träge bis gar nicht. Und deswegen haben wir eine Datenbank ins Leben gerufen und für euch erstellt und die Arbeit der Behörden in unserer Freizeit gemacht, was ich super peinlich finde, aber egal, wir haben es halt gemacht. So, wie sieht es jetzt beim EcoFlow aus und wie sortieren wir das Ding bei uns in der Datenbank eigentlich ein? Also ich habe das Teil aufgemacht und nachgesehen und ja, da war schon mal ein Relais. Und zusätzlich habe ich noch einen akustischen Test gemacht und gehört, ob es schaltet. Ja, und beides war in Ordnung, also es scheint alles vorhanden zu sein. Aber hier seht ihr die Abschaltzeit. Also wie lange dauert es nach Stromausfall, das heißt, wenn das Netzwerk ist, bis das Ding wirklich spannungsfrei ist. Und das sind hier immerhin 870 Millisekunden. Das klingt wenig, es ist aber sogar verdammt viel. In der kommenden Produktnorm wird unseres Wissens nach 34 Volt nach 200 Millisekunden gefordert. Und in unserer Datenbank wäre das so verheerend, dass wir dem Ding sogar nur noch mittlere Bewertung geben würden. Eigentlich echt schade, denn sonst ist ja alles super. Aber zwei. Also ich arbeite nur noch mit Herstellern zusammen, die mir einen direkten Kontakt anbieten. Das heißt, ich habe irgendwen, mit dem ich da direkt schreiben kann in der Firma und der auch irgendwas weitergeben kann, insbesondere an die Technikabteilung. Und ich nehme kein Geld von denen oder sonst irgendwie was. Also ich bin halt in keinster Weise bezahlt, denn ich lehne sowas komplett ab, um unabhängig zu sein. Wichtig aber ist für mich, und das darauf bestehe ich mittlerweile, wenn was ist, dann auf einem kurzen Dienstweg, damit ich Probleme einfach weitergeben kann. Und das hat mit EcoFlow bisher echt gut funktioniert. Also das ist eine Seltenheit, denn normalerweise werden Influencer-Agenturen engagiert. Das heißt, man hat mit dem Hersteller gar keinen Kontakt, sondern mit irgendeiner Agentur, die überhaupt kein Interesse daran hat, irgendwas Technisches zu lösen. Sondern die machen eigentlich nur bezahlte Werbung und darum geht es auch. Und das ist meistens eine ziemliche Verarsche für euch. Denn bei Problemen wird dann oft versucht, mit Geld zu regeln. Also so nach dem Motto, wir bezahlen dich, wenn du die Fresse hältst, hatte ich schon mal. Und ich habe hier auch einen krassen Fall schon beschrieben. Also war echt nicht so cool. Aber wie gesagt, bei EcoFlow ist es Gott sei Dank nicht so. Und die haben auch sofort reagiert. Und die waren praktisch schon fast in Panik, als ich das geschrieben habe. Und so kam es mir zumindest vor. Das ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Und sofort wurden aber mehrere Techniker gefragt. Und ohne Scheiß, ein paar Stunden später, hatte ich eine sehr, sehr detaillierte Antwort. Und das Versprechen, dass es beim nächsten Firmware-Update behoben ist. Fand ich cool. Deswegen bleibt erstmal der eingeschränkte Daumen hoch bei uns. Weil wir warten jetzt, bis dann dieses Firmware-Update kommt. Kommenden Freitag, das ist tatsächlich heute, soll das Firmware-Update kommen. Und das werden wir dann auch nachmessen. Und ich werde euch genau das berichten. Und es gab auch noch andere Hersteller, die sich da bei uns gemeldet haben, wo es ähnliche Dinge gab. Und genau das werde ich euch alles nächste, ja nächste nicht, aber in zwei Wochen ungefähr berichten. Wenn es behoben ist, Daumen hoch. Ansonsten gibt es eine mittlere Bewertung. Ich bin echt mega gespannt, was da noch kommt. So, ich könnte jetzt hier noch stundenlang weiterreden. Denn das Ding irgendwie, ihr habt gesehen, was das eigentlich alles bewirkt, was man damit machen kann. Das finde ich schon cool. Ich denke aber, es reicht jetzt bis hierhin. Und die ganzen Beschreibungen, wie es funktioniert und so, da gibt es jede Menge andere gute Videos drüber. Also bis dahin, macht's gut. Ciao, auf Wiedersehen.